Die B.1.1.7-Variante in Hamburg wird untersucht, nicht nur indem wir in Verdachtsfällen die entsprechenden weiteren Untersuchungsschritte veranlassen, also eine Mutationsspezifische PCR und die Sequenzierung, sondern der Senat hat schon vor einiger Zeit mit dem UKE und dem Heinrich-Petty-Institut eine, wir nennen das glaube ich eine Surveillance-Plattform vereinbart, bei der gezielt und zwar methodisch systematisch für Hamburg erhoben wird, wie viele Virusmutationen befindet sich schon im Umlauf und das wird vom Heinrich-Petty-Institut im UKE so gemacht, dass man Proben, die es schon gibt, zuordnet zu den Stadtteilen entsprechend einer bestimmten Inzidenz und dann einen repräsentativen Eindruck bekommt, wie viel Prozent Virusmutationen B.1.1.7 vorhanden ist und die bisherigen Daten zeigen, dass wir mal mindestens auf dem Niveau sind, wie die bundesweiten Daten, wir sind sogar da drüber. Das sind jetzt die Informationen über die zurückliegenden Kalenderwochen, wo es die Daten schon gibt, für die letzte, die siebte Kalenderwoche haben wir noch keinen Vergleichswert, auch für die aktuelle jetzt noch nicht, aber es ist nicht zu erwarten, dass sich so ein Trend plötzlich umdreht und wir wieder unter diese Durchschnittswerte kommen und deswegen sage ich nochmal, nach dem, was ich über diese Untersuchungen weiß, müssen wir davon ausgehen, dass wir schon einen sehr hohen Anteil an B.1.1.7 der britischen Variante in Hamburg haben und damit sind wir konfrontiert mit der höheren Infektiosität und das bedeutet, wir müssen noch einen Tick strenger sein. Wir müssen alle noch einmal darauf achten, dass diese noch infektiöseren, ansteckenderen Virusvarianten nicht von Mensch zu Mensch überspringen, sowohl im geschlossenen Raum, wo es ja ein größeres Risiko noch gibt, aber eben auch nach aller Erfahrung im öffentlichen Raum, wenn es sehr, sehr eng wird.